Also erstmal muss man wissen, dass ich ja sowieso sozial sehr engagiert bin. Und es gibt aber eine Verbindung zu Würzburg. Ich habe ja meine Familie hier gefunden. Es ist natürlich ein besonderer Anreiz, nach Würzburg zu kommen. Das ist eine Sache. Die andere Sache ist die, dass ich natürlich weiß, was das bedeutet, Zeichen setzen, und was es bedeutet, ehrenamtlich tätig zu sein. Und dass es eigentlich ohne dem überhaupt nicht geht. Also ich muss sagen, ich habe immer wieder festgestellt, dass die Deutschen sehr gebefreudig sind. Also wenn man für Spenden aufruft, dann sind sie wirklich sehr generös. In der unmittelbaren Umgebung zu arbeiten, ist sehr, sehr wichtig. Wenn wir das nicht mehr tun würden, dann würde jeder nur so alleine vor sich hin murkeln. Und dann steht ihm das Wasser bis zum Hals und er geht wahrscheinlich unter. Also diese Hände, sich die Hände reichen und sich helfen, ist unablässig.